Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir werden heute, ups, jetzt bin ich hier in das Loch eingefallen, wo letztes Mal die Goldwurst gefunden haben. Was werden wir denn heute machen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir gucken erstmal unser Büchlein rein. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Nodi in einem Glas. Was sollten wir irgendwann mal machen? Ja. Ich wollte auch irgendwie mal zu dem Silberhorn-Camp kommen. Auch hier fehlen uns noch einige Dinge. Ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes erforschen möchte. Wir werden erstmal wieder zurück nach Hause. Zerstörung. Wir werden noch mal, bevor wir nach Hause gehen, ein bisschen Zerstörung geteilt. So, das sollte dann auch wieder ausweichen an Zerstörung. Dann gehen wir in unser altes Haus und ich glaube wir machen erstmal wieder eine Folge Hausbau. Wir müssen ja mal wieder unser neues Haus weiter bauen. Wir brauchen ja auch ganz viel Zeugs dabei, was wir alles gar nicht brauchen. Was wird das denn nicht? Wir müssen nochmal nochmal gucken kennen, wann das nicht geht. Die Stapfung, das nehmen wir mit. Jetzt wird das jetzt erstmal auch noch ein bisschen Zerstörung. Das Essen werden wir dann kochen. Die Kohle und die brauchen wir auch. Wir brauchen die auch. Wir brauchen die Stapfung hier rein. Das ist gebranene Fleisch, das soll nur wieder essen. Und das wird dann wieder reichlich. Das heißt wir brauchen noch ein paar Steine noch. Ein paar Steine hiervon. Die sollen wieder mit. Das ist sowas hier. Die Karnenstahl mit Dingus. Das ist das Steine. Ein Holzbelein und wer weiß es wieder machen will. Eisengitter. Die Fängnis bauen. Mal gucken. Die müssen dann mal schlafen. Und dann sehen wir auch schon wieder. Der Arbeit. Da ist die Witz. Dann gehen wir mal wieder zurück. Zu unserem neuen Haus. Irgendwann mal so. Wirklich heißen da. Und fertig bauen. Ah. Wir hätten mal die grünen Steine mitnehmen können. Das muss ich auch noch mal überlegen. Also ich habe mir auch überlegt. Ich werde diese hier alle wieder weg machen. Und das ist doch so abschließend. Und nochmal hin. Haben wir eigentlich auch noch mal. Grüne Steine dabei. Dann haben wir diese. Hier hin. Da gehört er nicht hin. So. Auch noch ein. Zwei. Mit D natürlich auch noch. So. Auch noch ein. Mit D natürlich auch noch. Oh. Ein riesen Leck. Ist nicht gut. Ist nicht gut. So. Dann werden wir nämlich. Jetzt erst mal. Uns überlegen. Und hier. Natürlich. Mal einmal. Komplett. Eigentlich. Können wir noch einmal. Komplett. Schon mal rumbauen. Bei den Serien. Nenn ich denn nun mal. Bei den Serien. Eine Lücken. Für die Folge. Was sollen wir tun. Natürlich. Die Tür rein. Am Ende. Müssen ja. Auch irgendwann. Mal weiterkommen. Und dann werden wir jetzt erstmal einige benötigen. Mal weiterkommen. Schon weiter. Hier ist halt. Die Frage. Ob man hier vielleicht auch noch reingehen könnte. Ah. Ich meine. Warum nicht. Ich glaube die Mitte jetzt. Gut. Ich könnte hier doppelt. Die Tür rein drücken. Da ist halt die Pizze. Ganz allmählich entsteht es hier ins Haus. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Für den Sack. Können Sie. Und dann müssen wir den Sack. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Am drühen. Es geht. Ist es. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann mache ich dann hier nur einer Fenster rein Das reicht auch Dann mache ich dann hier sozusagen ein größeres Fenster Zu viel Lust zu machen Das ist schonmal Da muss ich mir sehr viel verbrauchen Noch eine Runde hier Steine Das ist auch schon der Gackner Ich glaube da war da noch wenig Ich sehe mir jetzt die Alkoholante stehe ich nicht Jetzt machen wir ein großes Netzzimmer. So sieht doch ganz nett aus. Kommen wir doch allmählich auch mal hier voran, auf jeden Fall hier noch den Raum auch noch fertig machen. Ja so natürlich nicht. Könnten wir überlegen. Hier könnte man jetzt ein kleines Fenster rein tun. Genau. Dann kann man ihn doch nicht weglassen. Dann machen wir das hier weg. Ich weiß gar nicht, der Altar müsste ja eigentlich noch größer werden. Ich bin nicht sicher ob man die hier hinstellen kann dann. Weil hier kommen ja eigentlich Kerzen hin. Das heißt wenn hier Kerzen sind, müsste er eigentlich... Da müssen die Altare hier sein, ich will mich da nicht sehen. Muss ich mich auch noch mal informieren, nicht dass ich da was falsch mache und hier alles was gemoggt wird. Dann werden wir jetzt mit etwas kleinerem anfangen, wo man vielleicht noch vier Altare braucht. So ist doch schon mal ganz nett. Das könnte man natürlich offen machen mit den Fenstern. Das könnte man natürlich tun. noch ein ganz schön großer Fensterraum. Da kann ich noch ein schönes Licht rein. Das soll sowieso ein bisschen höher werden. Das sind die falschen Steinchen. Aber doch diese hier haben wir mit 14 Stück. Bau, 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 Bau. So. Dann machen wir mit den Fenstern zu. Jetzt kann ich hier nur durchreichen machen. Aber eigentlich kann ich hier auch in den Raum rein. Und hier machen wir dann auch zu. Der Raum hat hier gar kein Fenster. Dann machen wir jetzt Lagerraum. Dann machen wir hier eine Lagerraumverbindung. in meiner Mitte noch. Jetzt haben wir aber gleich keine Steine mehr. Dann machen wir die Lagerraum. Dann machen wir jetzt noch mal eben. Dann machen wir die letzten Steine auch noch mal verbauen. Hier im Dunkelgarten. Dann machen wir die Lagerraum. Dann sind wir jetzt die Lagerraum fertig. Die Lagerraum. Dann machen wir jetzt auch mal den Boden. Vielleicht nehmen wir hier auch einfach diese anderen Steine. Dann machen wir es auch nochmal wieder oben. Dann machen wir diese hier. Dann machen wir diese Steine. das ist ein hochschick Dann wird doch diese hier. Nein, das läuft ja nicht. Nein. Ach, das haben wir ja noch einen Steinmeier. Gut. Was ist hier? Was ist die Mitte? Hier noch einen. Jetzt haben wir erstmal alle Steine soweit verbraucht. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Und an der Stelle sage ich aber auch, falls euch das Video gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht dann nicht. Tschüss.